Das System zeigt einige seltsame Messungen an. Aus dem Labor, wo Sonic gegen Infinite gekämpft hat. Das ist vermutlich einer von Dr. Eggmans Robotern. Ich sehe zwei Lebensanzeigen. Definitiv keine Roboter. Rekrut, geh zum Labor und sieh dir das an. Wir empfangen zwei Signale nahe des Labors weiter vorn. Wenn das keine Roboter sind, was dann? Wenn es Feinde sind, dann können zwei und einmal für die Rekrutin zu viel sein. Achtung, die Strömung ist ganz schön stark. Da kann einem ganz schön schwinglich werden. Es ist wohl besser, sich einfach treiben zu lassen. Sie sollten wohl wirklich sicher gehen, dass keiner das Labor findet. Da finden wohl Experimente statt, von denen niemand etwas erfahren soll. Blitz! Ha! Blitz! Ha! Ja, sieh mal eine Ahnung. Du schwimmst wohl gern, was? Hm, willst du einfach selber auf der Hutsche spielen, Nablus? Ich meine nur, dass wir uns nicht ablenken lassen sollten. Ha! Bleib dran, Rekrut! Die Signale sind jetzt sehr nah. Verschlagung sollte bald eintreten. Triff dich mit ihnen! Du bist erklärt, sondern auf Monika! Du bist. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich war so besorgt. Ich dachte, du wärst... Du sorgst nicht zu viel. Schau, mir geht es spitzenmäßig. Und dich habe ich seit Generationen nicht mehr gesehen, alles klar? Die gute Nachricht ist, dir geht es gut. Die schlechte Nachricht ist, Dr. Eggman hat einen Plan, uns in drei Tagen zu vernichten. Drei Tage, hm? In der Zeit kann viel passieren.